Die Akzeptanz von Industrie ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Darum müssen Industriebetriebe, darum müssen Verbände, darum muss die Wirtschaft werben. Werben um Zustimmung, werben um Akzeptanz und natürlich muss die Politik da mithelfen. Denn wir sitzen da gemeinsam in einem Boot. Ohne Industrie wird es keine wirtschaftliche Zukunft geben. Industrielle Kerne, industrielle Wertschöpfungsketten brauchen wir in Deutschland und darum ist es unsere gemeinsame Aufgabe, für mehr Akzeptanz zu sorgen. Wir vom Industrieausschuss der IHK Schwerin waren von Anfang an überzeugt von der Initiative. Wir sehen insbesondere Vorteile, eigene Ideen und Konzepte umzusetzen und zugänglicher zu werden für die Öffentlichkeit. Nach der Wirtschaftskrise haben wir uns im Industrieausschuss der IHK zu Köln überlegt, wie wir das Bild der Industrie verbessern können. Dabei sind wir auch auf die Initiative der Kollegen der IHK Nordwestfalen gestoßen. Das starke Label Industrie gemeinsam Zukunft leben hat uns dabei überzeugt, da wir als eigenständige Initiative damit noch besser und sichtbarer kommunizieren können. Für die Akzeptanz von Industrie ist es ganz entscheidend, dass die Unternehmer sich vor Ort engagieren in Initiativen. Und für die Kommunikation im Hinblick auf die Politik ist es ganz entscheidend, dass wir uns unter einer Plattform sammeln, um mit der Politik unter dem Label Industrie auch entsprechend wahrgenommen zu werden und kommunizieren zu können.